Hey, meine Herren, Bauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebru. Hallo. Wir sind heute in einem brandneuen Simulator und zwar im Handysimulator. Deswegen haben wir hier auch schon so ein mega altes Ding von, Leute, keine Ahnung, von 1960 oder so. Ich weiß nicht, wie alt das Teil ist. Das hat so Tasten und so ein Klappteil und noch eine Antenne. Damit können wir jetzt SMS verschicken, also Texte, WhatsApp, Nachrichten, dies, das. Das geht so. Leute, hier, da tippt der softes Handy ein. Okay, 10, 11, 12, 13 und so weiter. Zusätzlich können wir diese ganzen Punkte einsammeln. Was ist denn das hier? Ah, hier kann man Sachen ausrüsten. Sind das Handyhüllen? Ja, das sind Handyhüllen. Ah, wir brauchen zuerst das E-Phone 10, damit wir diese Handyhüllen benutzen können. Okay, das haben wir noch nicht. Also, da müssen wir erstmal noch ein bisschen sparen. Oh, da ist ein Diamant, Ebru. Guck mal hinter dem Haus. Oh nein, da kann ich über den Fluss. Nein, Ebru, denk nicht was dran. Das ist weiter. Das ist mein Diamant. Okay, okay, geh vor. Ja, danke schön. Warte, es ist hier. Ah, guck mal, Daily Reward, den kannst du auch noch reinsammeln. Äh, zacka. Oh, der hat auch Diamanten gegeben. 150. Okay, wie viel gibt dieser, wie viel gibt der hier? Keine Ahnung. Ah, doch, fünf. Ja, moin. Hat sich ja voll gelohnt. Garten hat fünf Diamanten. Ey, der Reward hat 150 gegeben. So, okay. Ähm, Legendary Ränge. Gerni, soweit sind wir noch nicht. Okay, Texte. Wir müssen ja die Texte sicher irgendwo verkaufen können. Emojis, Bonustexte. Ah, ja, hier kann man sie verkaufen. Zack. Verkauft bei der Antenne. Jetzt haben wir 5600 Gold. Wir haben auch so einen Bonus-Code noch eingesammelt. Ah, jetzt sind wir beim Händler. Okay. Wir haben den ganz normalen Smiley. Der, jo, fünffach direkt. Alter, für 25 Diamanten. Hey, können wir uns ja easy leisten. Aber man muss die aber alle nacheinander kochen. Okay. Das ist schlau. Das heißt, wir haben jetzt diesen komischen Smiley. Jetzt gibt es den lächelnden. Den können wir uns ja auch direkt mal kaufen. Jetzt gibt es den. Den können wir uns nicht mehr kaufen. Aber für was haben wir jetzt Geld? Was können wir uns mit Geld kaufen? Hier können wir uns bessere Handys kaufen. Ah, wir haben dieses alte Ding. Was haben wir hier? Rokia. Okay, da kaufen wir direkt das, Leute. Und da gehen wir direkt weiter. 300. Ich habe ja übelzielt euch diesen Bonus-Code, Leute. Kann ich ja welche überspringen? Nee, 15, 20, 25, 30, 35. Das geht hier. Oh, das können wir uns nicht mehr leisten. Okay, wie viel kostet denn das? Äh, wo steht denn das? Ach so, ich habe jetzt übersprungen. Ah, hier. Das können wir uns auch nicht leisten. 2000. Ja, da können wir uns das hier. Okay, das 700i haben wir jetzt. Hier, guck mal, Ego. Das sieht schon gar nicht mehr so schlecht aus. Hab ich das selbe? Ich glaube, ja, wir haben das selbe. Okay. Wie viel kriege ich denn jetzt pro? Jo, schon mega viel. 200, 300. Easy. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Diamanten, damit wir uns die Bonus-Smileys kaufen können. Wo gibt... Wann ist denn die erste Dimension hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? 1000. Okay, das ist die Weihnachtsmann-Dimension. Was haben wir hier? 100. Das können wir ja schon machen, Ego. Let's go. Zack. 100 haben wir ja schon locker. Oh, was haben wir... Ach, hier ist einfach nur eine Chest. Ah ja, 500 Gold. Okay, nehmen wir. Erfolg haben wir auch noch bekommen. Der Rucksack ist einfach größer als du, Ego. Okay, nächste Dimension. Wie viel brauchen wir da? 3000. Jo, man kann hier noch was kaufen. Ah, Tablets. Ah, ich glaube, Tablets sind... Jo, Tablets sind dann, glaube ich, das Krassere nach dem Handy. Oh. Die sind ja... Oh, Leute, guckt euch das mal an hier. Wie viel gibt das? Eine Mil... Ne, warte, warte. 100.000 Text pro Klick. 3000 Texte. Das heißt, sie können jetzt in die Jungle Hop. Zack. Das sieht nach... Ist bestimmt Jump'n'Run, oder? Jo, da hinten ist eine Belohnungskiste. Wer zuerst im Ziel ist, der bekommt... Oh, nein, ich weine. Der bekommt gar nichts. Der bekommt nichts, ey. Ich warte, ich bin ja wieder erst. Okay. Der bekommt 10.000 Millionen Texte von dem anderen. Und... Häpp. Woll. Okay. 2500 und 100 Diamanten. Die nehme ich auf jeden Fall kostenlos mal mit. So. Wie viel kostet... Oder wie viel... Was brauchen wir denn jetzt hier für die nächste Dimension? Ähm... 50.000. Okay, das ist ein heftiger Sprung. Das ist ein verdammt heftiger Sprung. Jo, wir können doch hier auch in diese Weihnachtsmann-Dimension. Das gibt es doch auch noch. Die haben wir doch ganz vergessen. Für 1000. Alter, das ist ein Weihnachtsmann-Jump'n'Run, Leute. Zack. Weihnachten ist doch schon vorbei. Oh, das ist schwer, Evo. Das ist schwer. Ich warne dich schon mal vor. Zack. Aber kein Problem. Bam. First Try, Evo. Schaffst du es auch? Oh, das muss ich mal... Ich beobachte dich jetzt ganz genau. Oh Gott. Währenddessen schreibe ich ja diese komischen SMS. 3000 gibt die Kiste. Alter, Schwere. Nein. Und vergackt. Ähm. Das hast du nicht gesehen. Ich habe es wirklich nicht gesehen sogar. Oh gut. Ich habe gerade weggeguckt. Oh, was? Ja, man kann hier das Heckerhauptquartier freischalten. Für 100.000. Dort kann man... Da kriegt man das Doppelte für die Texte. 100.000. Das ist schon viel. Und dann kann man noch für 75.000 diesen neuen Bereich. Und dann gibt es hier noch weitere Dimensionen. Es gibt noch jede Menge, Leute. Aber erst mal sparen wir auf 20.000. Denn dann können... Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch 5 Diamanten. Weil dann können wir uns das nächste Emoji kaufen. Aber wir müssen auch auf 20.000 sparen. Da können wir uns das neue Handy kaufen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal... Da ist doch ein Diamant hier, oder? Ach nee, das ist ein Typ, der an der Wand anguckt. Oh Mann. Ich weiß nicht, was der hier macht. So. Abzeichen. Genau. Genau richtig, Leute. Wir sind jetzt zu cool für die Schule. Wartet mal. Lass mal gucken. Ah da, 50.000. Genau, bald sind wir Texting-Legende mit 100.000. Leute, wer schreibt denn bei WhatsApp 100.000 Nachrichten? Alter, das ist crazy. Boah, das ist viel. Wir können jetzt in die nächste Dimension, Leute. Aber bevor wir in diese Dimension... Ah nee, 45.000 brauchen wir für das nächste Handy. Das können wir uns noch nicht ganz leisten. Aber neun Emoji haben wir. Ab rein. Die Erfolgetruhe ist das jetzt hier. Ach so, ist einfach eine Truhe. 1.500 nur? Da bin ich jetzt aber ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. 34.000, 800, Alter. So, das können wir uns jetzt kaufen. 100.000? Haben wir das? Alter, ich bin ja schon bei Motofone. Das ist übelst teuer. Ich hab das beste Handy gar nicht ausgerüstet gehabt. Oh nein. Oh nein, ich bin so bescheuert. Ey, man muss da mal extra draufdrücken. Das ist irritierend. Okay, wir haben aber 100.000. Das heißt, wir können jetzt in diese krasse Dimension. Ich hoffe, die ist krass. Wir schauen. Die ist krass. Ich kann da jetzt auch hin. Das da hinten gehört gar nicht dazu. Jo, das sind irgendwelche anderen Inseln oder so. Okay. Wir machen mal Jump'n'Run hier. Aber natürlich ... Oh, das sind so Bretter links. Nein, links ist es nicht, Evo. Okay. Geh vor. Nimm die Mitte. Hier, hier, ich hab's. Ja? Ja. Jawohl. Komm, Evo, wir haben keine Zeit, wir sind schneller. Nein. Ich würde wegen dir runterkommen. Ja, wegen mir, genau. Wie der Geist gemacht. Du hast mich geschubst. 10.000. Oh, lecker. Oh. Ich war vor dir. Wie soll ich dich da denn geschubft haben? Geschubft? Wie soll ich da geschubft haben? Okay, bei 200.000 gibt's die nächste. Bis dahin hat Evo dann wahrscheinlich das Jump'n'Run auch geschafft, wenn wir 200.000 haben. Wir haben Dias bekommen. Echt? Jo, stimmt. Da hab ich gar nicht drauf geachtet. Geil, Alter. Direkt mal neue Emojis. Und da bitte auch ausrüsten. Ich werde den gleichen Fehler. 500. Equip. Ist das ausgerüstet? Equipped, ja. Was haben wir hier? Ah, 1.250. Den können wir uns nicht leisten. Sind wir die coolen? Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich bin doch jetzt Premium. Da kann ich doch hier in dieses VIP-Land rein. Mensch, bin ich da nicht die ganze Zeit schon reingegangen? Oh, Evo, das sieht cool hier aus. Was gibt es denn dort? Ja, warte, ich hab keine Ahnung. VIP, sind die Ränge nochmal? Ah, hier kann man verkaufen. Wartet mal, kriegt man da... Warte, ich spare mal jetzt hier genau auf 20.000. Ich müsste ja jetzt 40.000 bekommen. Ja, okay, das ist ganz normal. Da kriegt man auch nur... Ich glaub, hier gibt's nix, Ebro. Nix. Okay. Wirklich gar nichts. Oh, Mann, ey. Da bin ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht von, muss ich ehrlich sagen. Schade. Okay. Zumindest checke ich jetzt hier nicht, was es hier geben sollte. Man kann verkaufen, aber der Preis ist normal. Hm, blöd gelaufen. Ja, wir haben 100.000. Jetzt möchte ich mir nämlich diesen Hackershop hier kaufen. Und ich hoffe... Äh, ja. So, ich hoffe jetzt, dass ich jetzt das Vierfache Geld bekomme. Aber als Premium bekomme ich ja sowieso schon doppelt. Wir schauen mal. Das heißt, ich habe jetzt hier 1.000 Texte. 4.000. Ja, ich bekomme das Vierfache Ebro. Das ist krass. Das ist wirklich heftig. Das ist mega heftig. Das Vierfache an Kohle. 105.000, Leute. Nee, ihr wisst das jetzt. Nee, ihr wisst das nicht. Aber ich sag's euch. Wir kaufen uns jetzt das neue Gebiet. Zack. Weil ich habe schon entdeckt... Erstens, dann gibt es hier Diamanten, Leute. Bam. Wie viele Diamanten waren das? Zehn. Okay, das lohnt sich tatsächlich sogar gar nicht so schlecht. Okay, wir kriegen außerdem doppelte Punkte für diese ganzen Coins. Aber was interessant ist, es gibt hier schon den nächsten Bereich. Da gibt es ja nämlich dreifache Punkte. Aber auch für Diamanten. Das ist halt das Heftige. Können wir uns bessere Emojis leisten. Jawohl. Hallöchen. Wir haben ein bisschen gefarmed, könnte man sagen. Geludet. Wir haben jetzt hier gleich 500.000. Wir können gleich in dieses Portal reingehen. Wir haben aber auch jede Menge gespart. Und ich will euch auch gleich was richtig Cooles zeigen. Aber wartet mal. Wir kaufen uns jetzt hier erstmal direkt das nächste Handy. Wir haben ja echt schon jede Menge durchgekauft, wie ihr sehen könnt. 450.000 Equip. Das nächste kostet 500.000. Okay, ich bin gespannt, wie schnell wir das kriegen. So. Oh, das sieht schon aus wie so ein iPhone-mäßig. Ist nicht so ein bisschen, was ich hier habe. Okay. 500.000 haben wir gleich. Dann gehen wir schon mal in die Nähe des Portals. Aber ich muss euch gleich am Ende des Videos zeige ich euch das Mega-Geilste überhaupt. Ich habe nämlich das rausgefunden, Leute. Einen kleinen Bug. Und der ist ziemlich OP. Weil wenn ihr mal schaut, hier dieser Linus. Schaut mal, wie schnell sich das aktualisiert. Das ist nicht, weil der so krass ist. Sondern weil der auch diesen Bug-Abuse, den ich gerade herausgefunden habe. Ich zeige euch den gleich. Der ist krass, Leute. Der ist krass. Ich habe es nur viermal bisher geschafft. Also wir schauen mal, wie krass das jetzt läuft. Aber erst mal sparen wir hier auf die 500.000. Gehen wir das Portal rein. 500.000! Bum, 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 rein! Alter, das ist ein Jump'n'Run, Ebu. Nix für dich. So, ich bin Like-Magnet hier übrigens auch gerade. Oh, ist ja nicht besonders schwer. Easy, easy. Oh, bam! Hey, rück mal raus hier. 1.000 Diamanten, 20.000 Kohle. Die 20.000 Kohle ist eigentlich so ziemlich nix wert. Aber die 1.000 Diamanten, die sind nice. Da können wir uns jetzt hier nämlich das nächste Emoji leisten. So, jawohl, jetzt habe ich den grimmigen. Zum Abschluss gibt es noch den geheime Bug von mir erklärt. Und zwar, wenn ihr einfach linke Maustaste gedrückt haltet, easy, dann seht ihr, man schickt immer Texte. Zack, zack, zack. Und das kann man auch nicht bearbeiten. Man kann sich das nicht schneller kaufen oder sonstiges. Aber durch einen Bug kann man einfach mehrmals gleichzeitig Texte schicken. Und zwar, ihr müsst abwarten, bis der Balken wieder von vorn beginnt. Und dann ganz schnell nochmal drücken und wieder gedrückt halten. Jetzt wieder gedrückt halten, schicken wir zwei Texte. Seht ihr es? Bam, 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 bam. So, das kann man jetzt nochmal machen. Wartet. So. Oh, ich habe verkackt. Es ist nicht so leicht, Leute. Man muss das gut teilen. Dreifach Text, dreifach Text. Seht ihr jetzt? Bam, 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 bam. Seht ihr, wie schnell meine Texte steigen? Das ist halt irgendein Cheat so. Guckt mal den Linus an, wie schnell der das macht. Das geht gar nicht so schnell. Okay, willst du das nochmal? Ich habe vierfach Ebro. Ich habe vierfach. Vierfach, Leute. Vierfacher Bug. Jetzt, das könnte ein neuer Rekord werden. Fünffacher. Ich hatte ihn noch nie. Und? Nein, ich habe verkackt, Leute. Auf jeden Fall kann man das aber, glaube ich, unendlich hochtreiben. Guckt mal, wie schnell der das macht. Das ist doch mega Bug. Also, damit seid ihr halt viermal so schnell. Das ist ziemlich krass, Leute. Guckt mal, wie viel ich jetzt hier gemacht habe in der kurzen Zeit. Also, ich denke mal, das wird bald gepatcht. Aber könnt ihr halt probieren, wenn ihr wollt. Ich hoffe, euch hat die ganze Episode gefallen. Wenn ihr mehr Episoden sehen wollt, liked auf jeden Fall das Video. Abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns morgen. Ne? Haut rein, euer Benson. Ciao.